Herr Professor Weibel, Sie sprechen heute auf der 168. Montagsdemo. Was machen denn die Schwaben anders als die Schweizer? Ja, es gibt einen fundamentalen Unterschied. Das ist die direkte Demokratie, die wir halt haben bei uns in der Schweiz. Und die hat schon so manches überrissene Projekt dann gestoppt. Ja, jetzt ist ja hier in Stuttgart im Vorfeld leider anders gelaufen wie in der Schweiz. Hier gehen die Leute auf die Straße. Was haben die Schweizer damals gemacht? Ja, es hat auch einen grossen Widerstand gegeben. Aber dann kam die Volksabstimmung und das hat halt eine andere Bedeutung als bei Ihnen da. Bei Ihnen war das eine Sonderübung und bei uns hat das eine unglaubliche Tradition. Es gibt dann harte Kämpfe vorher. Aber wenn der Entscheid einmal gefallen ist in der Schweiz, dann ist das doch die Linie, an die man sich hält. Da setzen sich auch die Kontrahenten zusammen und reden so lange? Ja gut, also zuerst gibt es Konfrontation, da gibt es die Abstimmung und dann sucht man halt dann eine ideale Lösung. Also Bahn 2000, die Volksabstimmung, da ist ja riesig hin und her gegangen. Nach der Volksabstimmung hatten wir für 48 Kilometer Neubaustrecke 7000 Einsprachen. Aber wir haben das Projekt optimiert und heute kann ich sagen, sind eigentlich alle glücklich über das, was da gebaut worden ist. Kann es sein, dass für die Schweizer die Bahn eine andere Rolle spielt hier als für die Deutschen? Nurkredal hier in Schwaben? Ja sicher, weil wir sind ja definitiv kein Autoland. Wir sind ein Bahnland seit jeher und ist sicher die Bahn anders kulturell verwurzelt als bei Ihnen in Deutschland. Jetzt hat es ja herausgestellt, dass Stuttgart die Stauhauptstadt Deutschlands ist. Welchen Tipp geben Sie dem OB? Ah, das wusste ich gar nicht. Ja, dann würde ich schon sagen, also die Bahn ist natürlich wirklich ein Instrument, um das zu verändern. Ich war da vor einer Stunde angekommen und war schon erstaunt, wie wenig Leute es eigentlich hatte auf dem Bahnsteig. Es war immerhin ein Intercity, der nach München ging. Also da hat es bei uns in der Schweiz, ich würde sagen, mindestens Faktor 10. Aber Stau gibt es natürlich bei uns auch. Also Sie plädieren dafür, dass der Verkehr mehr ins Regionale geht als in den Fernverkehr? Nein, ich glaube Fernverkehr und Regionalverkehr, nein, nein, die spielen beide eine Rolle. Und ich würde halt sagen, wir sind ein kleines Land und was bei Ihnen als Nahverkehr ist, ist bei uns halt vielleicht schon Fernverkehr. Also beispielsweise die am stärksten belastete Achse ist Bern-Zürich. Aber da sind wirklich 90 Prozent, die da von Stadt zu Stadt fahren sind auf der Bahn. Vielen Dank.